Okay, Jonas, ich komme auf dein Schiff. Hast du dich anders entschieden, ganz spontan? Ich habe mich spontan entschieden, dass ich dich doch ganz doll lieb habe und deswegen dachte ich, ich komme einfach mal auf dein Schiff. Danke. Oh, Hitzensperger. Was ist mit dem? Achso, nö. Nö. Witzig. Das Schiff muss ein bisschen umgestaltet werden. Was ist mit Schiffen? Was, was, was? Gar nichts. Gar nichts. Wie kann ich dir was geben? Das weiß ich gar nicht. Mit Kuh. Mit Kuh auch noch? Oh Gott. Inventar öffnen, damit du raus schmeißt. Richtig, du brauchst erst eine Kuh, die holst du dir in Indien, auf den indischen Planet und dann, obwohl ich gebe da bestimmt auch in India-Beta, äh, in India-Sektor. Das ist voll groß. Hier, bitte. Und Kühe. Also Frauen. Nö. Ah, jetzt kommen wir ja schon wieder. Jetzt kommen die Sexismus. Warum zum Teufel bin ich auf deinem Schiff? Und das Muhaha war übrigens ein Wortwitz und es laggt schon wieder. Geil. Wer ist jetzt alle zehn Minuten hier laggen? Kann ich den Teleporter abbauen? Man kann sich aber ja auch ohne Teleporter runter teleportieren. Oh, wir sind auf der Erde. Oh, es hat sich wieder gefangen. Yay, jetzt habe ich beide. Pulsjump nach rechts. Ne, einmal Energy Dash und Pulsjump. So. Oh, es hat sich wieder gefangen. Sehr gut. Wir sind froh, Fopsy, dass es sich wieder gefangen hat. Ich sterbe. Nein, ich will nicht sterben. Wo bist du denn, Fopsy? Nein. Nein. Das ist, der ist auf einem anderen Planet. Der ist auf dem Planet, von dem ich gerade abgehauen bin. Warum sind wir zu dritt und alle auf unterschiedlichen Planeten? Was macht denn das für einen Sinn? Ja, weil ihr auch Team-Together-Gedanken nicht beibehaltet. Hallo? Du kannst doch jederzeit hier hin. Ihr habt da angefangen, euer blödes Inventar zu craften. Und ich dann so, ja gut, ich bereite euch schon mal das Labor auf meinem Planeten vor, bei dem ihr gesagt habt, da gehen wir hin. Und dann komme ich... Ich habe dazu nichts gesagt. Da ist bei mir abgekackt. Was? Ist das nicht das Labor, wo es bei mir abgekackt ist? Letzte Aufnahme? Nein. Das ist mein Planet. Das ist dein Planet. Das ist mein Planet. Jetzt gehe ich auf den Planeten, wo Fopsy's Schiff drüber ist. Ist das zufällig der Planet, auf dem Fopsy auch ist? Nein, der ist auf einem Planeten, wo gar kein Schiff mehr drüber ist. Wie zum Teufel ist er da hingekommen? Naja, er war auf meinem Schiff, was ist er unterteleportiert und da bin ich weggeflogen. Ah, ihr seid so anstrengend, Kinder, weißt du, wisst ihr das? Du hast dich ja hier selber eingeladen, du wolltest hier hin. Das wollte ich gerade mal sagen, du wusstest genau, was dich ja war. Richtig, also ich kann ja auch entspannt alleine spielen, quasi. Wollen wir doch keine Sorgen machen. Genau. Schneide ich dann raus. Oh, ein sehr interessanter... Ich habe das... Nee, jetzt nicht. Was bist du denn jetzt? Von meinem Schiff aus? Ah, alles klar. Sieht aus wie ein Opfer, Alter. Waren wir hier nicht schon? Nein, waren wir nicht. Aber es sieht aus... Wow, schießen die mit Duck-Plasma? Ich glaube, ich kacke. Okay, man kann anscheinend... Duck-Tales, uhu-uhu. Man kann anscheinend nicht beides haben hier, Doppelsprung und dieses... Du kannst beides... Du musst es dann auswählen im Inventar. Achso, okay. Schade, ich dachte, es geht beides gleichzeitig. Ja, leider nicht. So gütig sind sie nicht. Aber ich glaube, der Sprung nach... Ah, es wäre ziemlich geil. Naja, egal. Ich würde das geil. Das wäre halt zu... Deswegen funktioniert es ja auch nicht. So, stirbt. Stirbt. Wie auch immer. Was denn jetzt? Schade, ich... Ja, du hast... Oh, und ich habe Energy Dash noch gefunden. Ja, sehr gut. Ja, den hast du ja noch nicht, ne? Richtig. Deswegen gehe ich jetzt auch in mein Schiff. Topsi, wir haben gerade das immense Problem, dass wir überhaupt keine Chance haben, auf deinem Planeten zu kommen. Doch, ich muss nur zurückschliegen. Ich möchte festhalten, weil Jonas so clever war. Ich habe gesagt, ich fliege weg, weil der Planet scheiße ist. Das habe ich angekündigt. Ja, schön, dass du die Antworten abgewartet hast. Die anderen was auch wollten. Das ist mein Schiff. Man kann doch jederzeit zurück. Jetzt jammer mal nicht rum. So, ihr entscheidet euch und ich nehme mich jetzt zurück und trinke einen Schluck in der Zeit. So, ich mache das da eben. Alles klar. Herzlich willkommen zu... Ja, mach mal. Nee, nee, nee. Ist okay, mach mal. Ich will auch was trinken. Nein, tue ich jetzt nicht. So, sterben. Gehirne brauche ich doch. So. Das müsst ihr auch alle mitkriegen. Eieiei. Du hast halt einfach noch nicht diesen Stealth-Modus, den ich immer beim Let's-Playen raushaue. Man kriegt gar nicht mit, dass ich trinke. Nein, das merkt man auch gar nicht. Nee, tut man nicht. Das ist richtig. Hallo? Noch nie mitgekriegt. Das macht kein Schaden. Doch, es macht Schaden. Aber es gibt kein Gehirn. Du hast einen Schaden. Ich wollte doch einen Gehirn haben. Ich habe einfach keinen Gehirn. Ja, das war so klar. Es bietet sich an. Ich sage es ungern, aber... Ja, Lukas wollte ich schon sagen. Jonas? Ach, ist das selbe bei euch? Ja, klar, ist das selbe. Mal ehrlich, wo ist der Unterschied zwischen euch? Der Anfangsbuchstabe? Absolut. Und der zweite eventuell auch noch? Manchmal. Und der dritte? Oh Gott, man, diese Reichweite von dem Extractor ist einfach Katastrophe. Katastrophe, du. Katastrophe. Und ich bin tot. Und ich bin tot. Tot. Tot, tot, tot. Da ist er tot. Tot. Oh mein Gott, Vogel. Was? Jo, jo, ich... Nicht du. Jo, jo. Jo, jo. Nicht sprechender Vogel. Jo, jo. Ach ja. Jo, jo. Jo, jo, dat. Jonas? Ja. Ja, warum nicht gleich so? Hast du eventuell noch 21 Stahl? Ach nee, hast du nicht. Ich hab 19 Stahl. Scheiße, ich bin tot. Boah, trink ich das alles? Nein. Schön, dass du den Together-Gedanken aufrechterhältst. Das find ich wieder mal sehr... Ich hab einen Inferior Brain, ist das nicht das Richtige? So, seit die Ranks... Ja. Na geil, mir das erst... Nee, Super Raya brauchst du. Gibt's eigentlich kein PSVP in diesem... Links oder rechts, wo seid ihr lang? Ich bin doch auf meinem Schiff. Ich bin doch nirgendwo. Also... Beziehungsweise ich bin auf dem Planeten, von dem ich dachte, ihr wollt da hin. Sobald ihr euch für einen Planeten entschieden habt, komm ich da hin. Ich komm jetzt zu dir, Lukas. Sehr schön. Du wolltest doch Stahl haben. Der Jonas... Ja, jetzt nicht mehr. Ist er nicht? Hey! Hallo. Hey! Ich mag dich, du lebst nicht. Sehr schön, ja. Das lassen wir... Wo willst du hin? Willst du nicht in dieses wunderschöne Labor, das ich mich reingebuddelt hab? Ja doch, das ist für Jedi der Eingang. Der Jedi Eingang? Aber ich will das Eisen. Stimmt. Achso, stimmt, ich hab hier auch einen Eingang reingehauen. Superior Brain. Nein. Das sieht alles sehr gefährlich aus. Ja, das ist auch nicht so einfach. Pass auf, da macht man am besten den hier. Zack. Dann kann sie so machen. Ui! Wo seid ihr denn jetzt? Das ist ja wie Mega... Aua. Ich sag ja, das sieht aus wie ein schlecht designtes Mega-Man-Level. Wo seid ihr jetzt? Wir sind auf meinem Planeten. Tschüss! Hey! Ach, Mensch. Hat sich voll gelohnt, hier runter zu gehen. Hier unten... Oh, Banana. Go, Ape. Go, Ape. Ist hier ein Poster für... Weiß ich nicht. Das ist die ganze Rumgebeamerei hier. Das ist ja... Tutu tutu... Ich glaub, wir sind in Aperture Science gelandet, wenn ich mir das so anguck. Wenn wir die Portylgas... Oh. Nein! Nein! Ach shit, da ist ja gar nichts, was man töten kann. Ich wollte hier eigentlich zu Hilfe kommen, aber dann dachte ich, das war ja nur deine eigene Dummeid, die dich umgebracht hat. Aber du kannst dieses... Du kannst übrigens den Strom abbauen. Das klingt... Ich kann Strom abbauen? Ja, du kannst diese Elektro-Dinge abbauen. Das klingt unlogisch aber es geht. Ich kann Strom abbauen. Hey, der Tesla-Spike. Richtig doch. Oh, das ist Surikathus. Warte, ich hau dir ein... Du haust dir selbst. Genau! Geh weg da! Geh weg da! Du hast das viel wenigstens direkt zu uns geführt, das ist super. Dann kann ich's umbringen. Ich bin tot. Schon wieder! Wie das denn? Tod. Tod durch Verderben. Tod durch Elektro. Das ist echt wie so ein Mega-Man-Level. Das ist ja cool. Mega-Man. Flaschen-Power. Wie schafft man denn das da unten? So. Ja. Ein bisschen geschickt sollte man durchaus noch sein. Oh, dankeschön. Ja, kennst du doch. Von mir. Das ist ja irgendwas so prädestiniert für. Ein Prädikat für Prädestination. War nicht den selben Weg, oder gibt's hier sowieso nur einen? Es gibt im Moment nur den einen. Den anderen bin ich schon gegangen, da war der Puls-Jump. Es ist so typisch, dass man immer gleichzeitig die Tür aufmacht. Das ist... Oh, Geld. Ich kann aber nicht dran. Ach, jetzt aber. Was ist das denn? Ich komme, Jungs! Ich komme! Big Ape is all-seeing. Hier ist nichts mehr, ne? Das ist eine... Wir sind in einer Affenforschungsstation. Ja, ja, ja. Was hat Jonas hier mit zu tun? Keine Ahnung. Vielleicht treffen wir ja Rafiki. Ja, das ist witzig. Was ist mit Ficken? Zur Erklärung, Rafiki ist der nicht existierende Offline-Charakter. Ach, selbst ohne deine Erklärung wäre klar gewesen, Rafiki ist ein Affe aus König der Löwen. Ja, aber in diesem Fall meinst du ja nicht den aus König der Löwen, oder doch? Das wissen aber die Zuschauer doch nicht. Deswegen erklär ich's doch! Das ist doch die Doppeldeutigkeit! Hey, cool! Metallbäume! Metalbäume! Wenn sie die Eindeutigkeit nicht kennen, haben sie keine Doppeldeutigkeit. Ja, die denken dann halt nur die Eindeutigkeit der Eindeutigkeit. Das sind Metalbäume. Metalbäume! Ja, willkommen, Bushel-Legend. Bring' aber auch nur Holz, ne? Metalbäume! Aber selbst mit Samen bringen sie auch. Naja, Samen von Metalbäumen, nehm' ich an. Ich hätt' nicht wieder drauf. Nature tries to destroy the metal. Nein, nicht, 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 das lieb. Ich geh' doch. Nicht, 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 das lieb. Tod. Nicht, 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 ist lieb. Tod. Ja, das ist der Lukas, der ist einfach Erbarmungslos. Tod. Ich könnte... Ich hätt' gern' Eisen. Tod. Ah, Eisen. Ich hab' Eisen. Tod. Ich brauch' noch ein bisschen was für meine Stahlrüstung. Hier ist Giftprobleme. Ich hab's gemerkt. Ich stand drin. Das ist ziemlich Mist. Das war delictiös. Bring' das mal um. Ich würd' gerne, aber irgendwie geht's hier nicht anständlich durch. Oh, hier so'n fettes Monster, ist ja widerlich. Bitteschön. Hat mir Freude bereitet. Puh. Ich muss hier mal ein paar Bandagen abbauen. Ich brauch' ein bisschen... Also, ich hab' noch 63, falls ihr welche braucht. Ich hab' auch noch 61, falls ihr welche braucht. Oh, Vorsicht, Jonas, ganz viel Gift. Verreckt. Verreckt. Nee, tatsächlich, ich bin... Alter, was soll das? Du überlebst doch gar nicht lange ohne uns. Das macht ja nichts. Ich brauch' Stahl. Ich brauch' Stahl. Oh, oh. Ah, komm. Komm her, du Tote. So, tot. Was hat... Wieso war das so einfach? Ja, weil ich Imba bin. Absolut. Boah. Ich bin die Powerpflanze, ist alles. Ne, was hab' ich gekriegt? Einen Down-Buckler? Was ist das? Toll, ich hab' nur nen Dirt-Block gekomm' Was ist das? Ja, ist auch zu Recht. Ich muss mal... Ich, äh... Hier. Hallo. Wieso krieg' ich das nicht... Wieso kann ich das nicht anbringen irgendwo? Bei mir lecks grad. Ich hab' hier so'n schönes Schild, aber ich kann's irgendwo anbringen. Ach, da. Nee, doch nicht. Muss auch... Vielleicht, weil du eine Wand brauchst. Go Ape. Das ist sehr dezent. Das fügt sich super in die Umgebung ein. Da passt gut, ne? Irgend so'n Typ mit Schwert. Habt ihr das eingesammelt, was ich grade... Was das Vieh grad gedroppt hab? Weil ich hab's in meinem Inventar scheinbar nicht. Doch, da ist es. Oh! Oh, oh, da kommt jemand. Two-Handed Horror Dawn Buckler. Es ist ein... Eine epische Waffe. 12 DPS, ist die gut für euch? Weiß nicht. Aber du warst die, glaub' ich, auch schon besser, ne? Mhm. Schade. Oh, ein Dorf. Aber ich glaub', ich trag' sie einfach mit Würde. Töten! Und ich glaube, die greifen mich an. Töten! Ich wusste nicht, dass... Töten! 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 Oh! Töten! Jetzt leg' ich auch noch. Oh Gott! Ach, nee, bei mir macht's ja nichts. Oh Gott! Töten! 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 Ja, die ist wirklich cool. Ja, allerdings, diese Knochen, die da da noch... Wollt ihr die haben, oder? Ich hätt' die gerne. Warte mal, Smash Room Nob? Wenn du die nicht haben willst, also... Sind das Bayer? Sind das Bayer? Ich würd' mich nicht beschweren. Sagen wir's so, Lukas. Bam! Oh, Lukas, du musst jetzt nicht mit jedem hier, äh... Doch! Oh! Ne. Ach, ihr seid voll idioten, ne! Wieso? Gibt's da Leute, die sind freundlich? Die sind alle freundlich! Du hast gesagt, die kämpfen geht. Ich bin aber versehentlich gehauen. Oh, stimmt. Die Knochen sind schon ziemlich cool. Ich glaube, soll ich nicht an versehen. Boah, vielleicht kümm ich die Waffe doch nicht ab. Was ist denn hier in diesen Kisten? Ein Shroom Lamp Blueprint. Wo braucht man denn sowas? Egal. Sugar! Ich hab Sugar! Ich weiß gar nicht, wo du bist. Der rennt schon weiter. Ja, aber in welche Richtung? Ja. Guck auf den Kompass. Bist du jetzt lieb oder nicht? Du scheinst lieb zu sein, okay. Die sind alle lieb. Ich tu mal Phops hier den Gefallen und bringe nichts um. Aber nur ausnahmsweise um eine Kiste. Plus Shroom Chest. Von mir aus. Interessant. Tot. Oh, komische, hässliche, fliegende Parasiten. Ich hab ne Fackel gefunden. Ich glaube, wir sind schon einmal rum. Pieh die schon einmal rum. So klein ist er. Muss ja nicht. Muss sein. Ich muss mich in der Absaugen. Äh. Oh, Jonas, mach dir doch jetzt nicht die ganze Zeit so einfach. Wie bitte? Mach's mir nicht die ganze Zeit so einfach. Ich muss mich hier stark zurückhalten. Ach, Mann. Das ist echt manchmal... Nee. Mann, du Gas! Lass doch die Viecher mal rum. Der tötet einfach alles direkt. Der ist voll aggro. Oh, ich preise. Ich bin von einem mächtigen Kriegervolk. Mein Kriegsname ist Butterblume. Richtig. Und da ist das Labor. Labor, Labor. Außerdem sind die alle böse. Was wollt ihr eigentlich? Ja, weil du sie angreifst. Nein, die sind auch vorher böse. Ich kenn wohl meinen Planeten, oder? Alles, was atmet, ist böse. Das solltet ihr wissen. Alles, was mich nicht versteht, ist böse. Ich dachte, das hätt ich geklärt. Nom, nom, nom. Das ist das gleiche Labor, nehm ich an. Jep. Was denn? Ja, was du denn jetzt schon wieder rummachst? Warum dauert das die Erde da so lang? Das war so erste Sahne, du. Ja, Vopsi? Bitte, sprich dich aus. Willst du dir irgendwas sagen? Nee. Jetzt habe ich keine Worte mehr. Das ist... Toll. Ich bin traurig. Ja, ich... Ich auch. Und warum? Sprich dich aus. Weil du mir seid. Es hilft, darüber zu reden. Danger, Danger. Je weniger über dich rede, desto besser. Wieso, ich habe doch nichts gemacht. Kommt eigentlich nicht raus. Scheiße. Wenn ich bloß wüsste, wo ihr seid. Seid ihr in dem Labor? Nein. Seid ihr auf dem Schiff? Wir sind aus dem... Was soll das denn jetzt? Habt ihr den Planeten gewechselt? Wir sind hier immer noch. Beim Labor sind wir... Bin ich einsam? Ein bisschen. Oh, boah. What the fuck? Warum sind denn hier unten so viele Viecher? Ich habe den Jonas eingesperrt. Ist du nicht. Ich bin im Labor. Interessanterweise zerstört meine Waffe den Boden. Why? Why not? Nein, nicht nur den Boden. Auch Wände. Ich kann mit meiner Waffe Wände abbauen. Das muss man auch erstmal so hinkriegen. Ich wusste gar nicht, dass es geht. Da seid ihr. Lukas hat eine coole Waffe. Ich glaube, ich muss ihn töten. Vorwegen! Ja, die Waffe hätte ich auch gern. Ja, da hätte die einfach mal nicht fliehen sollen vor dem fetten Vieh, sondern einfach mal sagen, auf, auf, wie mit Gebrüll. Weißt du, du bist ein typischer Pen-and-Paper-Charakter, der alles mitgefallen ist. Der Planet ist ein Mist hier. Ja, dann geht halt, ihr seid doch, ja, ja, nur weil ihr nicht diese tolle Waffe habt. Einer von euch kann von mir aus die Waffe haben, von mir aus. Ja, ich bin auch hier, ich bin auch hier. Das habe ich vorhin auch schon gesagt. Ja, aber ihr wollt die beide und ich finde das unfair, das, ich finde es unfair, das so zu entscheiden. Ich möchte, dass ihr das in einem blutigen Zweikampf austragt. Ist mir klar, ich bin jetzt auf einem Schiff. So, ich auch auf meinem. So, Aufnahmebeende. Ich habe eine Tesla-Spule. Wofür? Weil lecker. Weil du nicht mehr alle Spulen in der Tasse hast. Ich habe kein Bett. So, ich habe kein Bett. Weißt du überhaupt, was eine Tesla-Spule ist? Meine, eine Fresse. Der ist von Nikola Tesla erfunden worden, glaube ich. Ich habe auch Tesla-Spikes. Wer von euch hat ein Bett auf seinem Schiff? Jeder. Ehrlich? Cool. Eigentlich keiner. Ich habe zumindest ein Bett im Inventar. Ja, hier war auch eines zu tatsächlich liegen, dachte ich. Nee, hier irgendwo in der Kiste ist, glaube ich, ein Bett. Ich habe auf jeden Fall ein Bett abgelegt. Vor allem ist ein Bett abgelegt. So, ich wollte was machen. Schmelzen. Hier. Eisen. Mit Eisen muss ich reisen. Aber komm, wir machen, Simon sagt. Ich sage, was ihr machen müsst. Und wer als erstes versaucht, der kriegt meine Waffe nicht. Der kriegt die Ante. Nee, nee, nee. Alter, eine Waffe. Ich mache meinen Fortschritt lieber selber. Ich bin für meinen Fortschritt lieber selber verantwortet. Richtig. Größtenteils. Größtenteils. Na gut, dann seid ihr jetzt leider neidisch. Neidisch? Worauf denn? Auf meine tolle Waffe. Auf deine grüne Gesichtsfarbe oder was? Siehst ein bisschen krank aus. Ja. Das nennt man gesunder Tain. Mhm. Natürlich. Gesunder Waffe. Aber hier, ihr könnt von mir aus, äh, dich hier haben. Nee. Habe ich die jetzt hier mal vor euch zugeschmissen oder nicht? Ah, nein. Was denn? Jetzt hätte ich fast meinen Dornbuckler weggeschmissen. Jonas. Ja. Hast du noch vier mit Stahlwaffen von mir? Wofür? Damit ich mir ne Chestpiece machen kann. Damit ich meine Silberchestpiece upgraden kann. Da fehlen mir noch vier. Ich sammle eigentlich genau für das gleiche. Und dann gibt's, naja. Bin ja mal nicht so. Da, ich geb dir dann auch, wenn ich was gefunden habe. Du kriegst halt von mir die ganzen Updates. Also ich brauche, wie gesagt, ich brauche noch 19, jetzt brauche ich an, an, für meine... Oh, walk in outer space. Erstmal reden. Um meine Stahlwaffen zu kompletieren, wollte ich sagen. Brauche ich jetzt noch 19. Ich verschwinde auf mein Schiff. Blass. Ich weiß nicht mehr warum. Ich geh mal auf diesem Planeten hier runter. Warte, Jonas. Hey, wieso komm ich nicht auf mein Schiff? Warte, warte, ich komm wieder hoch. Was wolltest du überhaupt? Lohnt es sich denn hoch? Ich wollte dir einen Stahlwaffen zurückgeben. Wieso kann ich mich nicht beamen?